Das ist Radio mit K und Steffen und Felix. Radio mit K, Steffen Israel, Felix Brümeur. Steffen, ich sehe dich hier im Computerbildschirm. Du bist schon wieder in L.A.? Hello. Nee, ich bin zu Hause. Aber es ist wie L.A., kann man sagen. Es ist mit von Stars. Ich habe ein Chatlag. Du warst am Wochenende außen. Jetzt hast du so ein Schlafdefizit. Nee, ich habe nur meine L.A. Mütze auf. Ich habe mir eine Mütze gekauft. Für die Leute, die es jetzt nicht sehen. Da steht einfach nur Los Angeles drauf. Wir waren ja erst ein bisschen doof, so Touri-mäßig. Aber irgendwie fand ich die ganz nett. Was meinst du? Go, no, go. Aber ich weiß es gar nicht. Ich habe den Witz eigentlich jetzt gar nicht gemacht. Ich habe das gar nicht gelesen auf der Mütze. Du hast einfach so wieder so eine L.A. Glow, Steffen. Das ist das Rot meines Stresses. Denn ich muss mich bei dir entschuldigen, Felix. Ich bin wieder mal ein bisschen spät dran. Unser Leben ist ein Rausch, Steffen. Wir sind Rockstar. Es ist ein Rollercoaster. Es ist ein Rollercoaster. Und es ist immer die gleiche Runde, mehrmals. Alter, Steffen, ich werde mir gleich alles von dir erzählen lassen, von deinem Rockstar-Leben. Weil ich, Spoilermaschen direkt bei mir, ich bin immer noch krank. Ich wollte nämlich, eigentlich wollte ich so einsteigen, an welchem Tag wir uns denn heute befinden. Weil eigentlich die Sechstage-Theorie müsste ja jetzt so rum sein. Neun Tage, es ist eine Neun-Tage-Theorie, aber das ist ... Die du aufstellst. Neun Rekord. Du stellst einen Rekord. Nee, aber genau. Also normalerweise sind es ja neun Tage. Und das ist, finde ich, eigentlich schon ganz großzügig bemessen. Das ist die drei Tage kommst, drei Tage bleibst, drei Tage geht's-Regel. Und die stimmt eigentlich immer. Aber ich kann es nicht leugnen, Steffen. Jetzt ist es Tag elf oder zwölf und ich bin immer noch wirklich richtig doll krank. Ich habe meine Neben ... Ich nehme ja eigentlich nie so hier so, wie sagt man, Schmerzmittel oder so Medikamente bei so normalen Krankheiten. Und jetzt habe ich echt mal eine Schmerztablette genommen. Und zwar, weißt du warum? Weil ich habe so dolle Kopfschmerzen gehabt. Und zwar nicht irgendwie random Kopfschmerzen, sondern einfach, weil meine Nebenhöhlen sind so zu, dass wenn ich meinen Kopf nach vorne beuge, das ist so richtig stechender Schmerz einfach in meiner Stirn so. Das ist richtig ganz doll unangenehm. Und ich mache natürlich hier Nasendusche noch und nöcher und alles und so. Aber alter Scherde, ey, ich bin immer noch ganz schön im Eimer, ey. Ja, das ... Ja, es tut mir leid, man. Bro. Ja, ey, ich will auch jetzt gar nicht die Leute jetzt hier so ... Also, früher hat man da aufgebohrt. Man kann das aufbohren, die Nebenhöhlen. Dann läuft das raus, habe ich mal gehört. Oh, ja, ey, so fühlt sich das an, als ob das eine geile Idee wäre gerade, wirklich. Einfach, als wenn man das einfach so rausmachen könnte. Einfach mal kurz Luft dranlassen, einmal in Nebenhöhlen. Und Sinupret, alles schon genommen. Ja, was? Sinupret. Nimmt man doch bei Nebenhöhlen. Das sind die grünen Tabletten, die machen den Schleim so dünn, damit er rauslaufen kann. Aha. Ja. Siehste, kenne ich gar nicht. Ich verschreibe Ihnen mal die Packung. Verschreib mir mal ein bisschen was, genau. Dreimal täglich eine mit einem Glas Wasser nach dem Essen, ja? Okay. Danke, Steffen. Und wenn es nichts wird, dann sehen wir uns nächste Woche nochmal. Und verschreibst du mir auch ein paar Staffeln Fernsehen gucken? Ja, ich schreibe, das ist ein guter Tipp, ich schreibe Ihnen mal noch vier Staffeln Gilmore Girls auf. Ich glaube, dann soll es werden. Das ist ja ein blödes Thema bei uns beiden jetzt. Wir haben uns jetzt so ein bisschen durch diese, ich will Palm Springs sagen, ich meine aber hier, White Lotus. Durch diese White Lotus-Geschichte haben wir uns jetzt so ein bisschen, ich habe mehrere Serien oder Filme, wo ich so denke, ach, das kann ich Steffen erzählen. Und dann denke ich mir so, nö. Nö, das hat sich nicht mehr. Nö, das kann er nicht mehr verdienen. Aber das hat das. Und da denke ich mir, ich habe die mir jetzt aufgeschrieben. Und dann, wenn du irgendwann mal in Jahren, dass ich sagen würde, so, hä? Alter, warum habt ihr mir nicht davon erzählt? Das ist doch, das ist ja mega geil. Sag ich, Steffen, ich hätte dir davon erzählt. Ich habe es mir hier auf meinem Zettel aufgeschrieben. Aber ich verratze nicht mehr. Ich verhalte es jetzt für mich, meine Empfehlungen. Das ist fies. Also du verhältst es ja auch unseren ZuhörerInnen vor quasi. Die Zorn bist du jetzt auf dich dann aufgeschrieben. Ja, die müssen da jetzt mitgehangen, mitgefangen. Du hast die in Geiselhaft genommen quasi. Und ich höre kurz weg. Die hätten dir ja auch mal White Lotus irgendwie mal erklären können. Äh, eins herzlichen können ein bisschen mehr. Aber es hat zumindest für ziemlich gute Memes gesorgt, dass diese White Lotus Eklat fand ich im Internet. Hm, das stimmt. Steffen, ich esse ja gerade noch eine Frucht. Ich esse natürlich auch immer nur Vitamine jetzt. Erzähl du mir mal, wo kommst du denn gerade her? Ja, ich habe ja schon erzählt, dass ich dich mal wieder ein bisschen warten lassen habe, was mir wirklich leid tut. Und ich hatte mal wieder eine brisante Autofahrt hinter mir, was ein bisschen, verinnerst du dich noch an die Schneesturm-Folge? Na, selbstverständlich. Da, wo du fast von so einem Tank wart, der dich nicht, sein Handy, dein Handy hat aufladen lassen, der dich fast in den Tod geschickt hätte. Ja, mich fast gefangen genommen hätte und dann ins Kühlhaus eingeschickt hätte. Ich bin immer noch sauer. Ja, das war schon ganz schön abenteuerlich und heute ist Teil zwei quasi dieses Epos passiert, fast schon. Ich war wieder unterwegs und ich bin heute quer durch Deutschland gefahren. Vom tiefsten Schwarzwald bin ich heute Mittag losgefahren und das fing schon damit an, dass es die ganze Strecke, was ja, ich glaube, ich tippe mal 700, 600 Kilometer, ich weiß es nicht genau, geregnet hat. Ich weiß nicht, hat es bei dir heute auch geregnet? Nee, hier war strahlender Sonnenschein, to be honest. Also wirklich jetzt so. Wirklich? Ich hatte auch so das Gefühl, dass ich so eine wandernde Regenwolke über mich hatte, aber es war nicht nur so ein Regen, es war wirklich permanenter Schauer so, was irgendwie übelst nervt. Am Ende hat man eigentlich, war das nur noch wie in so einem Rausch bin ich da gefahren. Oh scheiße. Auf jeden Fall hat sich dann ein Stau vor mich angebahnt. Und sehe aber noch so eine Raststätte kommen und dachte mir, boah, bevor ich jetzt in den Stau fahre, ich muss tierisch nochmal pinkeln, wir fahren nochmal ran. Clever eigentlich. Sind wir nochmal kurz an die Raste ran, auf Toilette gegangen, dann aufs Handy geguckt, da waren da schon 45 Minuten Stau. Und der Stau hat sich auch schon, der ging bis auf den Parkplatz, also da ging gar nichts. Habe ich gegoogelt, Aquaplaning, Unfall, Komplettsperrung. Ich so, das ist jetzt gar nicht gut, ich habe doch einen Termin, blöd. Und dann überlegen, wir warten einfach mal kurz hier ab, wir kommen ja eh nicht weiter. Und dann war ich so, nee, wir müssen was tun. Kurze Zwischenfrage, wenn es so Aquaplaning ist, das hätte ja auch, also überwiegt da der Gram über den Stau oder die Erleichterung darüber, dass es nicht dich getroffen hat? Ähm, nee, also weiß man nicht, ja, nee. Bei mir hilft es manchmal, mir hilft es manchmal, wenn so ein Stau ist wegen einem Unfall oder so. Also jetzt mal davon abgesehen, natürlich jetzt irgendwie wirklich gefährlicher Unfall, natürlich noch viel weniger. Aber selbst so in normaler Umständen, diese Vorstellung, dass man jetzt derjenige ist, der jetzt so mit einem ADAC und das jetzt irgendwie macht und die Versicherung checken und das irgendwie alles. Das ist so eine, da denke ich mir immer so, ach nee, da sitze ich jetzt hier im Stau, das ist schon in Ordnung. Aber ich komme mir vor, aber weißt du, diese Vorstellung, dass irgendeine arme Sau ja diesen Stau ausgelöst hat, das hilft mir manchmal ganz gut, diesen Stau so zu ertragen, dass ich das nicht bin. Ja, das stimmt. Also hier, also ich hoffe, da ist auch nichts passiert. Großartig, war zwar irgendwie Vollsperrung. Ja, aber ich hoffe mal, haben sich nur Leute rangeklebt, das wäre mir am liebsten. Nee, ich denke, also nee, war schon ein Unfall, habe ich gelesen. Aber, ja, ich kenne das aber auch, dass man dann so denkt, das hätte man auch selber sein können, hätte auch einen selber treffen können. Zum Glück bin ich zehn Minuten irgendwie später los oder sowas. Weißt du, wie fünf Minuten, zum Glück bin ich dann nochmal rangefahren, sonst wäre ich da vielleicht nicht drin. Ja, ja, genau, genau, genau. Naja, nichtsdestotrotz standen wir da und wir waren auf so einem Rastplatz und dann dachte ich mir so, es gibt ja immer noch so Zufahrtstraßen, weil das Navi wollte mich wieder auf die Autobahn schicken. Die hat gesagt, von dem Rastplatz geht es nur auf die Autobahn und ich fahre voll rein, zehn Kilometer Stau oder was das war. Und dann dachte ich mir, aber es gibt ja so Zuliefererstraßen immer von außerhalb, so so Rasthöfen. Die darf man ja nicht benutzen als Autofahrer, aber die gibt's. Ah, Zulu wieder. Bei Google Maps dann beim Satelliten so geguckt, wo da eine Straße ist und da war hinten auch eine und ich dachte, komm, wir gehen mal gucken, vielleicht kommen wir hier weg von der Autobahn und fahren dann irgendwie eine Umleitung. Aber der ganze Rastplatz war auch voll, dann sind wir halt irgendwie so ein bisschen rumgekurvt hinten und dann war da halt auch so ein kleiner Weg, wo man nicht langfahren durfte für MitarbeiterInnen oder so. Und dann war, jetzt muss ich hier eine Straftat gestehen, glaube ich auch, da war eine Sperrscheibe, weißt du? Ja, aber ich war so, komm, wir fahren da jetzt durch, da hinten geht's weiter, das ist unser Weg nach draußen hier. Und es war tatsächlich so, wir sind da rausgefahren, kurz weg vom Rastplatz und dann auf so eine Landstraße und dann, zack, hat's ein Navi umgeschaltet, hier, Umleitung, wunderbar. Und es war wirklich so ein Juhu, we made it Gefühl. Mega, Alter, das ist ja super smart, Alter. Steffen, du haust ja echt immer die Lifehacks raus, nach deinem genialen Gästensentrick jetzt hier der nächste. Das ist ja wirklich sehr, sehr clever. Aber ich frage mich jetzt halt, ob ich jetzt eine Straftat gestanden habe, ob das jetzt, sage ich mal, straflich relevant ist, ist das jetzt, wenn ich das hier so erzähle, dass ich da durchgefahren bin, so eine Sperrscheibe, kann jetzt jemand sagen? Nee, stimmt, bei uns, wir sind hier unter uns. Das ist so eine Art, wie die ZuhörerInnen und Zuhörer und ich sowieso, wir unterliegen so eine Art Radioschweigepflicht. Das ist so eine Art, wir stecken da jetzt alle gemeinsam drin, wir stecken da alle unter einer Decke, mit gehangen, mit gefangen. Also kannst du jetzt nicht sagen, hier, ich habe hier einen, der hat eine Ordnung, also eine Strafverkehrsordnung missachtet. Könnte ich schon, aber da würde ich mich direkt auch strafbar machen. Das würde ich mich nicht bestrafbar machen, genau, da hätte ich den Radiokodex verletzt, leider. Da kann ich ja gleich mich beim Arbeitslosenamt melden und dann sagen, hier, ich habe es verkackt. Ich bin eigentlich die goldenen Regel gebrochen. Ja, dann wirst du verbannt. Dann wirst du verbannt auf YouTube. Aber gut, dass du das gemacht hast, weil sonst hättest du es jetzt hier nicht geschafft und dann weiß ich nicht, ob wir nochmal zueinander gekommen wären, weil du bist ja, Steffen, dein Leben ist ja gerade wirklich ein absoluter Rausch. Du bist ja, vom Schwarzwald jettest du auf die andere Seite von Deutschland, von Norden nach Süd, von Ost nach West, weil du ja nicht nur mit der Band mit dem K unterwegs bist, sondern du hast ja, du schnupperst ja jetzt ein bisschen rein in mein Leben vor anderthalb Jahren, Steffen. Wie das ist so als so eine Doppelbelastung, Band und auch noch eine Nebenkarriere. Ja, die Kummer-Experience habe ich jetzt auch gebucht. Ich mache, ich gehe, ich fahre jetzt zweigleisig, ich gehe fremd. Ich habe es ja schon mal erzählt, dass ich musikalisch jetzt, ne, da habe ich mich nochmal auf ein Abenteuer begebt. Steffen hat noch eine zweite Band jetzt, die heißt Tränen. Oder die Tränen? Nee, nur Tränen. Eigentlich nur Tränen, aber viele sagen die Tränen und ich sage mittlerweile auch die Tränen. Der Instagram-Name heißt die Tränen, weil Tränen waren schon besetzt. Da dachten wir, die Tränen gab es aber noch, klingt auch gut, deswegen ein bisschen irreführend, aber eigentlich nur Tränen. Ja, und deswegen war ich auch im Schwarzwald unterwegs und eigentlich, also das würde ich auch gerne nochmal erzählen. Wir haben da ein Video gedreht, aber eigentlich, also ich würde es zu gerne erzählen, aber eigentlich würde ich es gerne erzählen, wenn es soweit ist, glaube ich, weil werft, glaube ich, verschossenes Pulver. Ja, okay. Das Gute ist ja, wir nehmen ja wöchentlich unsere Sendung auf, Stehen, du kannst es ja zeitlich anpassen. Du kannst ja als Cliffhanger jetzt quasi das noch, was du im Schwarzwald gemacht hast, das wirst du in einer der nächsten Folgen erzählen. Es war auf jeden Fall, es war gruselig und ich, also ich, ich muss das auch erstmal alles verarbeiten jetzt. Ich würde es jetzt auch gar nicht so gut erzählen können, aber ich weiß es auch noch nicht, wenn wir das Video jetzt so raus veröffentlichen werden. Aber es wird bald, bald passieren. Ja, ich bin gespannt, Steffen, ich bin wirklich sehr gespannt. Nee, deswegen, ja, ich habe mich eigentlich übelst gefreut, das so erzählen, aber dann dachte ich mir jetzt so schon auf der Hinfahrt, ach nee, das wäre jetzt doof, weil dann erzähle ich ja davon, dann will man ja auch vielleicht gucken, das Video gucken und dann geht es ja noch nicht. Ja, Lena, du hast da absolut recht, wir haben doch Geduld, wir haben doch Zeit, das machen wir schön nächstes Mal. Ich, äh, was wollte ich gerade noch, ich wollte gerade noch irgendwas erzählen. Ach nee, das ist mir gerade eingefallen, das habe ich ja schon erzählt in der letzten Folge. Durch mein Krankheitsding ist das alles so verschwommen, ich würde gerade so erzählen, dass ich ja auch in Süddeutschland war und dass ich da mal übrigens krank war, das habe ich ja schon in der letzten Folge, glaube ich, erzählt. In der letzten Folge warst du. Wo ich in Heidelberg und Mannheim war und dachte, ich mache jetzt hier, ich mache jetzt hier ein schönes Partyweekend und dann war das irgendwie überhaupt nichts mit, ähm, putziger Lust. Aber, naja. Ja, das war tragisch. Ich habe mir noch auf meinem Zettel stehen, ich habe in der letzten Folge, habe ich einen, habe ich einen Song von einem Künstler gespielt und ich glaube, und jetzt wurde mir gesagt, das ist der, der, den ich falsch ausgesprochen habe und zwar nicht, äh, also T, Y, M wird wohl Time ausgesprochen, also nicht wie Tim, sondern eher wie Time. Aha, ja, bist du in meiner Aussprache falle, aber das ist ja auch so ein Merkmal in unserem Podcast, dass wir, ähm. Ja, das stimmt. Wir geben, auf Aussprache ist einfach uns nicht so wichtig. Unabhängig davon, ne, äh, ich habe mal eine Frage an dich, Stefan, jetzt wenn du heute auch erzählst, dass es bei dir jetzt geregnet hat, sag mal, hast du auch das Gefühl, dass es so ein ganz komischer Frühling ist? Ähm, naja, es ist irgendwie, äh, ja. Das ist doch richtig, also richtig, man könnte fast sagen, es ist ein richtiger Scheißfrühling, oder? Also, liegt das jetzt nur daran, dass ich krank bin, oder ist es, das ist doch, sonst war das doch immer voll geil, wenn so diese, die ersten, die ersten warmen Tage so, März, April, Mai, wenn, oh, und man ist richtig erforscht worden, und jetzt war das immer so, das hat, die Sonne schien zwar, aber dann war es ganz, ganz eisig kalt, und dann hat immer so ein Wind, und es war immer so, und dann war es dann plötzlich, doch wieder plötzlich gefühlt November, und es war irgendwie, es war irgendwie scheiße. Ja, na, also es war irgendwie, es war ja auch kein richtiger Winter, der war auch sehr lau, sag ich mal, aber dann war es auf einmal wieder viel zu kalt für März, April irgendwie, und dann war es irgendwann mal, gab es mal so drei Tage mit Mitte, so 20 Grad, wo man dachte, ach, jetzt ist er da, der Frühling, aber so überraschend auf einmal, so unvorbereitet, fand ich, und irgendwie auch viel zu spät, und jetzt regnet es nur noch, und es ist, es ist, ähm. Ja, es ist so mega nass, Alter, es ist auf jeden Fall, es ist, also ja, ich finde, und ich habe auch das Gefühl, dass das so bei anderen auch so auf die Laune schlägt, ich, ich habe doch mal dir von diesem, von dem Café erzählt, wo die, wo die, wo ich immer so auf die Zeitung geier, und da habe ich auch so, äh, so eine Beobachtung gehabt, wo die, ähm, wo ich so merke, dass die, dass das Nervenkostüm auch von anderen Leuten ist, so ein bisschen angespannt, das war so ein Dialog, also, das hing nicht nur mit dem Frühling zusammen, sondern auch mit der Inflation und so, und das ist ja wirklich alles gerade teurer wird, und das ist ja wirklich ziemlich scheiße für Leute, aber, auch wie das halt so für alle ja scheiße ist, ne, also, nicht nur für den Käufer in dem Café, sondern auch für die Verkäuferin, und dann, und dann sitze ich so da und höre so, und höre so, und höre so zu, wie so, jemand sagt so, hä, wie teuer ist jetzt das Frühstück, und dann, und dann sagt die so, 10 Euro, und dann sagt der Käufer so, wow, und dann, und dann sagt der Käufer so, ja, wow, die ist ja auch so eins so drüber, ja, wow, mega krass, ja, finde ich auch, wow, er wollte nur so, er wollte nur so ein bisschen so rum, so rum, und sie hatte wahrscheinlich so, er war wahrscheinlich so der, der achte, der sich jetzt darüber beschwert hat, dass sie die Preise angehoben haben, aber sie hatte auch gar keinen Bock mehr, das jetzt zum hundertsten Mal zu erklären, also einfach so, ja, wow, mega krass, die hat auf jeden Fall war das noch mal, in dem Café, wo ich immer mal bin, wo ich schon mehrere gute Dialoge zugehört habe, wo auch das, da war auch das mit dem, wo die Käuferin gesagt hat, dass sie schwarze Füße hat, weißt du, ach so, ja, der Café, schwarz in meiner Seele, und wo sie die Gedanken gesagt hat, so, oder meine Füße. Ja, ich, also auf jeden Fall, das ist irgendwie, ich denke immer so, dass mich das nicht so betrifft, ich weiß nicht, aber das ist schon irgendwie, ich dachte mir heute aber noch so kurz, bevor ich losgefahren. Die Inflation jetzt oder die schlechte Laune oder die Frühling? Die schlechte Laune. Die Inflation betrifft mich so, was kostet ein Stück Butter, sieben, acht Euro, was kosten, was kosten Dinge? Ich bin Rockstar, ich bin über Kraft und bei Tränen. Ich glaube, ich bin schon eher so geduldig, deswegen bin ich so, ich denke mir immer so, Leute, der Sommer wird schon kommen, das wird schon heiß genug werden, die Sommer jetzt bald, genießt man noch so ein bisschen die Regentage, die gemütlichen, dann, weil letztens war auch wieder so ein krasses Gewitter, weil man dann zu Hause ist und es fängt so an zu regnen und übelst krass zu blitzen und es hat ja auch so eine gemütliche Stimmung und so jegliche FOMO verschwindet, das muss man dann auch vielleicht dann. Ja, das finde ich ja auch gut, aber genau wie du es sagst, das glaube ich nämlich auch, dass dann plötzlich irgendwie die nächste Woche dann auf einmal zu 36 Grad sind, aber das ist ja auch ein Punkt. Weißt du, man will ja auch ein Frühling, mal so ein paar Frühlingstage haben, die eben ja noch nicht Hochsommer sind. Ja, man will eigentlich, das soll schon irgendwie alles so ein bisschen so langsam reinkleiden. Diese Vorfreude, das ist ja das Geilste am Frühling, dass man sich so freut auf jetzt ein geiles, entspanntes halbes Jahr, wo einfach irgendwie alles cool ist, man sich einfach nur in Pullover drum binden muss und dann ist man fertig angezogen für den Abend und alles, was kommt, mäßig. Das ist perfekt, genau so muss es sein. Ach man, ja. Aber ich glaube, die Pflanzen freuen sich, die haben jetzt, ich glaube, nachdem sie gar nichts zu trinken bekommen haben, kriegen sie jetzt on mass, aber wahrscheinlich denken die es jetzt auch wieder. Nein, es reicht. Jetzt will ich nicht mehr. Jetzt habe ich keinen. Nein, ich will nicht mehr. Das ist weg nicht. Der Sau. Ey, Steffen, wollen wir mal einen Song spielen? Wir haben einen Song spielen. Ja, wollen wir mal einen Song spielen und den versuchen richtig auszusprechen. Willst du anfangen oder soll ich was vorstammeln? Stammel du mal was vor, Steffen. Ich bin aber unentschlossen. Ich gucke schon die ganze, ich habe gerade die ganze Zeit schon geguckt, wer es wird. Ich würde gerne so offen zeigen, wen ich so auf meiner Liste habe und dann so alle Beteiligten fiebern so drumherum. Bitte nimm mich, bitte nimm mich. Wer wird es? Ja, ich habe so ein paar, ach Gott, wer darf es denn heute sein? Ich glaube. Gib mir mal einen ab. Ich habe zum einen, wir haben doch letztes Mal die Diskussion gehabt über, wie viele Songs darf ein Album haben. Weißt du noch? Oder so, wann ist ein Album ein Album? Da haben wir gesagt, ja, zehn Songs ist ein Album, ne? Ja. Und Magdi Marco hat jetzt ein Album mit 199 Songs rausgebracht. Das stimmt. Davon habe ich irgendwas gesehen, dass er es erzählt hat. Ja, also wer Magdi Marco nicht kennt, das ist so ein lustiger, so ein Lo-Fi-Bedroom-Pop-Garage-Typ. Bin ich auch großer Fan, den gibt es schon eine Weile und der war jetzt auch ein bisschen weg und der hatte so ein Internet-Fan, also so ein YouTube, so ein lustiges Video gehabt, wo er besucht wird im Studio. Und dann fängt er an, so Sachen vorzuspielen, was er so, so Skizzen, weißt du, so irgendwelche Loops und so. Und da war ein Song dabei, der ging da so ein bisschen viral, also dieses Video, wie er das vorspielt und so dann dabei abtanzt. Und da haben sich viele gefreut, der Song, der ist auch auf dem Album. Aber das spiele ich jetzt nicht, das kann man sich mal anhören, fand ich nur lustig, ein Album mit 199 Songs, aber wirklich da teilweise einfach nur so Skizzen, so ohne Gesang und so. Ist es dann doch nicht die Top 4 würdig. Deswegen, ich pass auf, ich nehme, ich habe letztens eine Band live gesehen, Shark Tank hießen die, aus Wien. Ja. Und wirklich live, also klingt auf Platte auch schon sehr gut, aber live ist auf jeden Fall auch eine Live-Band, würde ich sagen. Ist live nochmal irgendwie, da denkt man immer so unfair, wie die spielen. Also es klingt wirklich alles gut und nahezu fehlerfrei, denke ich mir ein bisschen unfair, aber okay. Ich gönne es euch und die haben ein neues Album jetzt auch draußen. Wer so flexen muss mit seinen Skills, der scheint ja irgendwas, der scheint ja irgendwas kompensieren zu müssen, aber okay. Ja, okay, also. Wer so gut spielen muss, der scheint ja irgendwas im Argen zu sein, okay, sei jedem gegönnt, aber meine Tasse T wäre es nicht, so fehlerfrei zu spielen. Ja, so ein bisschen Menschlichkeit wäre doch mal angepackt. Auf jeden Fall würde ich den Song Busy spielen vom neuen Album, super Song. Viel Spaß damit, hört euch es an. Ich glaube, die hören es nicht gerne, aber. Shark Tank ist auch so eine richtige Deutschlandfunk-Nova-Band, die höre ich da immer. Ja, kann sein, es sind so Lieblinge, ja, weil es halt irgendwie so, ja, es ist toll. Also ich glaube, die hören es nicht gerne oder ich weiß nicht, ob sie es schon mal gehört haben, aber für mich sind das die deutschen Black Eyed Peas auch so ein bisschen. Hört es euch einfach mal an. Okay. Shark Tank mit Busy, hier bei Radio mit K, bei Fritz, Sputnik und Puls noch? Ja, klar. Ja, logisch. Puls bleibt stabil. Puls bleibt stabil. Grüße nach Bayern. Oder Podcast. Grüße an Markus Söder, Leute. Dann Söder hier. Okay, bis gleich. Shark Tank war das hier bei Radio mit K, Steffen Israel, Felix Brumme. Ihr hört uns vom Münchner Umland bis nach Brandenburg und in Mitteldeutschland. Und der Rest hört uns ja, die ganze Welt hört uns ja quasi über Mundpropaganda und über Podcasts und über das YouTube-Standbild. Ey, Steffen, ich habe einen Wunsch. Nebenhöhlenentzündung. Weißt du, du weißt doch, ich bin ein Mensch, ich bin berühmt dafür, dass ich sehr schwer zu beschenken bin zum Geburtstag. Das stimmt. Was schenkt mal jemandem, der nichts hat, sage ich immer beim Felix. Genau. Aber ich würde schon sagen, ich bin relativ unmaterialistisch und habe aber auch jetzt nicht so, also ich verstehe, wenn Leute sagen, es ist irgendwie schwer, mir was zu schenken, weil ich finde das auch wirklich richtiggehend belastend teilweise, so Besitz, es nervt auch so ein bisschen. Ich finde das auch manchmal regelrecht übergriffig, wenn man jemandem was schenkt und das dann quasi dem so die Verantwortung so einfach hinschiebt. Du musst jetzt die Verantwortung für das Geschenk übernehmen hier. Das habe ich dir nämlich geschenkt. Ein Kaktus, eine Blume oder sowas, das ist schon so, ich schenke dir Leben. Mach was. Nee, das war jetzt ein bisschen neurosisch ausgedrückt, so schlimm ist es nicht bei mir, aber ich kapiere trotzdem, dass manchmal Leute sagen so, ey, was soll ich schenken, so Leute aus meinem nahen Umfeld, sage ich mal, weil ich irgendwie so wenig Sachen möchte. Ich schenke dir gerne mein Internet, mein Hotspot, ich teile dir, ich schenke dir immer mal mein Hotspot. Ja, das ist super nett von dir. Nee, aber diesen großen Bogen habe ich jetzt gespannt, weil es jetzt eine Sache gibt, wo ich jetzt wirklich mal festgestellt habe, ey, das wünsche ich mir wirklich von Herzen. Und wie so oft ist es mit Dingen so, dass man das erst so richtig dann zu schätzen weiß, wenn es das nicht mehr gibt. Und dann erst, wenn es weg ist, vermisst man es richtig und merkt so, ey, das wünsche ich mir jetzt wirklich. Noch eine neue Staffel Sopranos. Und zwar ist die Rede von dieser Schokolade von Tonys. Kennst du diese Tonys Schokolade? Da gab es eine weiße Schokolade. Es gab eine weiße Tonys Schokolade. Es gibt aber auch Milka und es gibt auch den Mars-Konzern mit ganz tollen Süßigkeiten und sowas. Also es gibt ja echt Rittersport gibt es auch. Aber ich rede jetzt gerade von Tonys, dieser Schokolade. Warte mal. Wo gibt es, ist es das, was es manchmal so dann im Kassenbereich nochmal so auf die Schnelle dann oder was? Na, das ist schon eine richtige Tafel, eine richtig große. Aber die hat so unsymmetrische Stücken, die man so abbricht und so. Und jedenfalls davon gab es eine weiße Schokolade. Es gibt aber auch noch die Jokolade, fällt mir gerade ein. Ja. Okay, ja, sorry. Das ist die von Joko Winterschein wirklich, ne? Genau. Ja, super, super Idee. Das ist echt auch noch so ein Promi-Game, wo man mal reinsteppen muss. Diese Phase, wo dann Promis denken, die müssen jetzt so Lebensmittel machen. Das ist wirklich ganz wild. Diese Phase, wo die ganzen Rapper-Getränke und so Fastfood-Sachen und solche Sachen machen, das ist richtig wild, Steffen. Aber die haben sich dumm und dämlich verdient, also was da so. Das ist scheinbar, ne? Kapital Bra, der verdient mehr Geld mit Eistee als mit der Musik, glaube ich. Katar hat auch Eistee? Nee, was? Nee, ich meine. Kapital Bra, meinst du? Kapital Bra, ja. Ja, denkst du das oder weißt du das? Hast du das irgendwo mal gelesen? Also ist das so, denkt man das einfach oder hast du das mal irgendwo gelesen? Nee, ich habe das mal gehört, hören Straßensang. Hat mir, aber ob das stimmt, weiß ich nicht. Habe ich jetzt nicht verschieben. Naja. Okay, jedenfalls Shoutout an Joko für seine Jokolade. Ich habe sie noch nicht probiert, aber es ist bestimmt fantastisch. Also genau, lang Rede, kurzer Sinn. Wenn irgendjemand diese weiße Schokolade mit diesen Himbeerbritzels, sage ich, weil das war quasi eine weiße Schokolade. Und in der weißen Schokolade waren so Himbeerstücken, aber das waren nicht nur so Fruchtstücken, sondern das hat so gepritzelt auf der Zunge, weißt du? Man hat das so reingebüßt und dann war das so wie so eine Art Knusperlbritzel, weißt du, wie so ein Kaktuseis vorne drauf, weißt du, wenn das was so britzelt im Mund. Oder wenn der Joghurt schon ein bisschen älter ist, oder? Genau. Aber du meinst mir so Knisterzeugen, wenn man so... Genau, 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 genau. Und wenn man den Mund zu bewegen, so... Ja, 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 genau so ist das, genau das ist das. Was ist das eigentlich? Ich weiß es auch nicht, bestimmt irgendwas total gesundes, natürliches, was ich auch in meinem Apfel finden könnte. Vielleicht ist das so ein Bakterienorchester, die haben so kleine Instrumente, oder klatschen, die sind nur Bakterien, die klatschen, ganz viele. Applaus! Aber jedenfalls, ey, diese Schokolade, das ist mir jetzt nochmal so im Kopf gekommen, das ist wie so, vielleicht war es auch ein Fiebertraum jetzt gerade in meiner Krankheit, aber ey, was war da denn los? Das war ja wirklich die leckerste weiße Schokolade aller Zeiten und ich habe nicht mir irgendwie 100 Tafeln davon gekauft. Ich habe die mir immer mal so gekauft, so als so, ey, jetzt gönne ich mir mal was richtig Besonderes, weil ich ja auch, also ich muss mich immer so ein bisschen zügeln bei so Süßigkeiten, sonst, dass ich nicht so viel da esse. Und dann habe ich mir mal so eine besondere Tafel geholt. Da warst du, glaube ich, auch schon mal einmal dabei, da beim Off-Day auf Tour, habe ich mir richtig so, für den Off-Day habe ich mir so richtig, habe ich mir so eine Tafel Schokolade geholt und ich dachte, ah, jetzt chill ich schön im Hotelzimmer und esse eine Tafel Schokolade und gucke Fernsehen. Das war jetzt so richtig so mein Off-Day. Genau, jedenfalls, ey, diese Schokolade, Leute, entweder ihr habt einfach noch einen Karton irgendwo rumstehen und könnt die mir vermachen, oder ihr wisst einfach, was da los ist beim Tour. Konzern und könnt ihr mal bitte eine Petition starten dafür, dass es ja offensichtlich die beste Schokolade ist, die im Repertoire haben und warum die dann trotzdem verschwunden ist. Ob das eine persönliche Sache gegen mich ist, ob die da was gegen mich haben oder was da was ist. Vielleicht warst du auch nur der einzigste Kunde und dann war das eine limitierte Sache oder, weil das ist ja so ein Lebensmittelhersteller. Heutzutage steht doch überall bei allen Lebensmitteln immer limitiert drauf, das nimmt man doch nicht ernst. Weißt du, das habe ich letztens auch wieder gelesen, das ist auch so ein Trick halt so, man macht sich ein Gespräch und Leute fangen an, das zu bunkern, wenn es gut ist, die machen große Absätze und dann kommt nächsten Monat was Neues und so. Ja, das ist so, wer einmal lügt, den glaubt man nicht, da hat die Lebensmittelindustrie aber ein bisschen verkackt, deswegen habe ich das nicht so richtig ernst genommen, das ist jetzt, wo ich dann einfach verschwinden könnte, das habe ich gar nicht als Option gesehen. Also, was meinst du, Petition oder hoffst du jetzt, dass die das hören und vielleicht was schicken? Ne, für mich wäre beides okay, das eine wäre halt so ein bisschen die egoistische Variante, dass ich einfach so, Hauptsache ich, da habe bekommen welche, aber ich möchte es ja eigentlich auch nicht den anderen vorenthalten. Aber Schenkungen ab einem Wert von über 10 Euro musst du steuerpflichtig, ne, musst du angeben. Ja, na klar, das werde ich dann... Also schick nur zwei Tafeln. Ja, na klar, das wird alles natürlich angegeben. Steffen, ich habe eine Sache noch, die mit einem Freund berichtet, wir haben doch mal darüber geredet, über so Dinge, die, wenn Kinder, die machen, so voll normal sind und wenn die Erwachsene machen, dass sie so ganz weird sind, wir hatten da Rennen natürlich, aber wir hatten auch dieses hier, wo der mir die Zeitung zugegeben hat, die Tageszeitung und so gesagt hat so, ja, ist eh voll langweilig, ich kann sie gerne lesen, ist mega langweilig. Und jetzt hat mir, jetzt hat mir ein gemeinsamer Kumpel Jonas von uns, der hat mir gesagt, ihm ist noch was aufgefallen und das stimmt voll. Und zwar ist es im Brunnen, in so einem öffentlichen Brunnenbad. In der öffentlichen Brunnenbad, stimmt. Das ist auch sowas, wenn das so Kinder machen, ist es so, oh ja, die süßen Kinder. Und wenn wir das so Erwachsene machen, ist es irgendwie so ein bisschen weird. Egal wie farb es ist, als Erwachsene in so einem Brunnenbad. Stimmt, das ist nicht gut. Das ist irgendwie so ein bisschen weird. Und dann habe ich da so ein bisschen länger darüber nachgedacht und dann ist mir noch mehr so, ich sag mal, noch mehr so aus der, aus der Richtung noch mehr so eingefallen. Und zwar finde ich es auch sowas, was bei Kindern ganz okay ist und bei Erwachsenen so ein bisschen weird ist, wenn die, das gilt auch für so auf dem Stadtfest oder so, tagsüber vor so einer Bühne tanzen. Wenn es so ganz leer ist und dann ist da so eine Bühne und dann gehen so die Kinder so vor und denen ist auch egal, dass da so keine wirkliche Tanzatmosphäre ist, sondern die tanzen auch zu dritt da einfach. Und das ist bei Kindern, das ist so okay. Und wenn Erwachsenen das machen, ist es immer so ein bisschen, naja, also man hat da immer, man sieht da vor dem inneren Auge immer gleich auch noch den Rotwein-Tetra-Pack in der Hand. Für so Leute, die das so alleine sind, ist doch egal, wenn es Tageslicht ist, ist doch egal, wenn es hell ist, ist doch egal, wenn sonst niemand tanzt. Ich fühle einfach gerade die Mucke so sehr, ich gehe da jetzt vor und tanze einfach. Stimmt, aber eigentlich trifft das, also da gibt es ja die Regel, die Redensart, dass Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit. Es ist so ein Zusammenhang zwischen Kinder und Betrunkene, weil das sind auch oft mal so Betrunkene, die das dann so machen vor so einer Bühne. Und das geht ja dann auch wieder. Und jetzt stelle ich mir das gerade vor, also Betrunkene in so einem Bad, in so einem Brunnen geht ja auch wieder vielleicht. Ich weiß nicht. Aber das macht uns Freude, es schickt uns gerne weitere Beispiele. Ich überlege jetzt auch nochmal, ich habe mir das gar nicht so angenommen, aber das ist echt gut. Ich überlege mir, ich schreibe mir das mal auf. Ja, könnt ihr uns gerne weitere Sachen, die, wenn sie Erwachsene tun, so ein bisschen weird sind, aber wenn es Kinder sich machen, ist es ganz normal oder niedlich. Ja. Ey, Steffen. Wir müssen. Ja, ich will so langsam. Muss ich mal erholen. Ich würde jetzt gerne einfach noch jetzt einen Song spielen, weil ich das jetzt gerade bei, ich habe das gepostet, bei TikTok und es war irgendwie so eine schöne Erinnerung und irgendwie passt es auch ganz gut zusammen mit diesem, diese Doku und so, die ich an der letzten Zeit gearbeitet habe, über diese Kummerzeit. Und die jetzt draußen ist, die war jetzt in der Mediathek und so, kann man sich das angucken. Und jetzt kommen auch die ganzen Songs, haben wir jetzt auch online gestellt, die ganzen Live-Versionen von den Tracks. Stimmt, ihr habt ja das nochmal richtig rausgehauen jetzt, das Live-Album. Genau, und ein Song ist mir in dem Zuge nochmal besonders irgendwie aufgefallen, weil das wirklich irgendwie eine lustige Geschichte war, wo ich gar nicht, ich weiß nicht, ob ich die schon mal erzählt habe, dass ich 2019, ich glaube, ich weiß nicht gar nicht, ob das Album schon draußen war oder, ich, also, ne doch, ich glaube, das Album war draußen, aber ich hatte noch keine Club-Tour oder sowas gespielt. Ich habe quasi als Kummer noch gar nicht wirklich Konzerte gespielt gehabt und da hatte mich von wegen Lisbeth gefragt, ob ich, ob ich bei denen mal so Secret Support spielen möchte. Das war doch der erste Auftritt so richtig, oder? Genau, und ich dachte so, ach, das ist ja vielleicht sogar ganz lustig, da kann ich mal ein bisschen probieren, vor einer Crowd mal ein paar Songs spielen und bin aber so quasi als Secret Act da und gar nicht angekündigt und der Druck ist sehr niedrig und das war irgendwie ganz schön. Und habe da halt, ja, keine Ahnung, fünf Songs oder sowas gespielt. Und Henning May von Anne-Marie-Kentereit, der hatte das vorher mitbekommen, dass ich da vorbeikommen werde und so ein bisschen was machen werde und hat mir vorher geschrieben, ey, ich bin auch da, wenn du willst, lass doch einfach was zusammen machen. Und dann hatte ich überlegt, okay, wir könnten das machen und dann habe ich gedacht, ey, ich würde eh gerne diesen Song spielen, den ich mit Max Rabe gemacht habe, aber Max Rabe ist offensichtlich nicht da, von wegen Lisbeth Konzert wahrscheinlich. Hast du vielleicht Lust, die Hook zu machen? Und Henning hat der Song gefallen und hat gesagt, ja, lass machen. Und so kam es dann, dass quasi, ich fand das eigentlich ganz geil, so aus der Sicht von dem Publikum, dass du quasi, weißt du, du bist im Publikum und weißt nicht, wer Support ist. Und dann kommt der Typ von Kraft mit seinem neuen Projekt auf die Bühne, macht da seinen Kram, was ja vielleicht schon irgendwie zumindest so interessant ist, so. Und dann denkst du so, ey, das ist ja schon irgendwie fetzig, so. Und dann kommt auf einmal, kommt auch noch Henning May und singt dieses so. Und die Leute waren wirklich so richtig alle so ein bisschen so Kopfplatz-Emoji, weißt du, alle so, oh mein Gott, Alter, was passiert denn hier im Support-Programm von wegen Lisbeth? Das war einfach, das war einfach richtig doll. Das war ganz schön geil. Ist mir, genau, ist mir nur in dem Zuge wieder aufgefallen, weil, weil genau beim letzten Konzert von, oder beim vorletzten Konzert von mir, hat Henning. Ja, da war ich leider nicht dabei, aber genau, und dann hat es beim letzten, aber an welchem Tag hat er Henning gesungen? Ja, am vorletzten. Ah ja, okay. Genau. Dann hab ich, scheiße, ich war ja auch nur am zweiten, dann hab ich das leider auch nicht gesehen. Na genau, am allerletzten Tag hat es ja dann Max Rabe gemacht. Wie ich da, in der Doku, gibt's so eine Szene, wo du mit Max Rabe sprichst und da erzählst du ihm, dass Henning May das gesungen hat. Ja. Und ich hab wirklich beim ersten Mal im Kino, hab ich verstanden, hatte ich das schon erzählt, ja, nee, dass er gesagt hätte, ja, gestern hat es Henning von Anne May Kanderer hat gespielt und er sagt halt, toll, das würde ich ja gerne mal hören. Aber ich hab, beim ersten Mal hab ich verstanden, lol, das würde ich ja gerne mal hören. Lol. Der hat es so gelohnt. Der, lol, das würde ich gerne mal hören und dachte so, okay, Max Rabe, wow, okay. Und dann hab ich's aber dann nochmal mit, weil da waren auch keine Untertitel, aber die konnte man dann einschalten in der Mediathek und dann wurde ich dann noch bestätigt, dass er sagt, toll, und auf einmal hat sich das auch ganz anders angehört, dann hört man nämlich auch, toll. Ach, geht das? Das würde ich ja gerne mal hören. Kann man in der Mediathek einfach die Untertitel einschalten? Ist ja geil. Ja, das ging da, weil manchmal sind ja Untertitel, aber manchmal auch nicht, aber man kann die auch. Dann mach ich einfach Screen Recording nochmal bei Mediathek, dann muss ich nicht bei TikTok immer händisch die Untertitel rein tippen. Ja, stimmt. Ja, geil. Ja, genau, okay, aber diesen Song, den würde ich jetzt gerne einfach mal spielen, weil ich fand den irgendwie schön und das, genau, finde ich irgendwie einen guten Abschluss nochmal davon. War ja auch, war ja auch wunderschön und man kann in der Mediathek die Doku und das ganze, das ganze, das ganze Konzert, Felix, kann man da screenen in der Mediathek. Das ganze Konzert kann man gucken und wie gesagt, ab seit heute ist auch, kann man das auch bei den Streamingportalen und so, kann man auch das Konzert sich nochmal als, also die Songs sich von dem Konzert noch in die Live-Version sozusagen anhören. Anhören. Yes. Das ist doch cool. Cool. Ey Steffen, ich hoffe, ich bin nächste Woche wieder gesund, Alter, das nervt richtig doll, Alter. Ich hau mich jetzt mal ins Bett und dann hoffe ich, dass ich nächste Woche wieder fit und munter bin. Ja, chill mal ein bisschen, Sinopret, Gilmore Girls und dann soll ich die Sache gegessen haben. Sinopret, das werde ich mir in meiner Apotheke nochmal auschecken. Das klingt irgendwie sinnvoll. Ich glaube, das ist auch nicht verschreibungspflichtig, glaube ich. Okay. Dann wünsche ich dir eine gute Besserung. Danke Steffen. Bis dann, hören wir uns dann spätestens nächste Woche. Ja, hol dich mal von deiner Autofahrt jetzt, ne, mach dir mal jetzt hier nochmal, auch mal, äh, guck dir mal eine Folge White Lotus an und leg dich mal ins Bett. Das mach ich. Was ist denn? Na dann, Leute, zeigt mich, bitte nicht anzeigen mich, das war nur ein Witz mit der Sperrfein. Ja, Schauki. Tschüss. Tschüss. Tschaui.